Halt einfach die Fresse! Glitzercam ab! Nein, so bin ich natürlich nicht. Ich habe euch ein paar Szenen zusammengeschnitten, unter anderem von dem Zeug, ein bisschen von dem Zeug, was in diesem lustigen knallorangen Rucksack drin ist, welche Szene ich allerdings nicht filmen konnte, weil die Szene, die ich am wichtigsten fand, man merkt, ich bin ein Profi, deswegen zeige ich euch das Zeug jetzt. Und zwar ist ich dieser coole Kontaktstock in knallorange. War billiger. Ehm, mit Schnürchen. Jetzt kommen die lustigen Szenen, die ich gefilmt habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo zurück von meinem Video-Hintergrund. Danke, dass ihr dieses Video geguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir doch auch auf Twitter, Instagram, Instagram oder sonst wo und abonnieren nicht vergessen. Jetzt habe ich das doch gemacht. Ich wollte das doch nie. Tschüss. Liebe, liebe, liebe. Nimm die Tifi weg von mir. Das ist ja auch nicht gefilmt. Guck, die Kamera ist die ganze Zeit ab. Nein. Verdammt. Ihr wisst ja gar nicht, wie warm es hier ist.